Wer hat sich die Schule überhaupt ausgedacht? So viele dumme Teenager in einem Raum zusammenzubringen, ist gefährlich. Für sie. Wednesday hast du wieder Pyrotechnik reingeschmuggelt. Ich habe die Nase voll. Du fliegst von der Schule. Mein neues College ist ganz anders. Niemals Troom. Das ist also mein Spind? Viel zu bunt. Ein Sarg ist immer eine gute Idee. Was ist mit dieser Menge los? Verteilen sie etwa kostenlose Armbrüste? Nein, es ist nur ein blöder College-Queen-Wettbewerb. Hier ist mein neuer Plan. Ich werde die Krone stehlen, damit alle ausflippen. Autsch! Ups, tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Schade. Du bist die Liebe meines Lebens. Mein herzliches Beileid. Tschüss. Ich brauche einen Dietrich. Hey Loser, ich leihe mir deinen Pin. Danke. Ein perfektes Werkzeug. Mach den Weg frei. Die College-Königin zu werden ist mein größter Wunsch. Was machst du da, Sepia? Ende der Fahnenstange. Endlich. Woran habe ich noch teilgenommen? Richtig am Wettbewerb für den besten Biss. Tut mir leid, ich bin fertig. Füllst du ein Bewerbungsformular aus? Werde College-Königin und hol dir die Krone. Gut. Gib dein Abzeichen zurück, Loser. Sie ist nicht von dieser Welt. Hallo. Alles andere als das. Es ist nur CG. Bist du allergisch? Ernsthaft? Okay, lauf CG. Danke, dass du ihn ferngehalten hast. Er ist fantastisch. Wer? Dieser wandelnde Nieser? Haha. Ich verstehe. Vergiss deine Romanze, du kranker Schmerz. Spinner. Was? Oh, Entschuldigung. Komm schon. Sieht aus, als wäre ein Tornado hier durchgezogen. Die Folgen des Hurricanes würden besser aussehen. Ich bringe das in Ordnung, bevor du es merkst. Willst du mithelfen? Warum? Thing wird das schon machen. Du weißt, was zu tun ist. Das Ding ist so faul. Blättere die Seite um. Oh. Armes Ding. Er tut sein Bestes. Du bist ganz verschwitzt. Ich werde dir helfen. Oben. Gefällt dir das Kissen? Hier. Ups. Mein Fehler-Thing. Hm. Was für ein schwerer Baum? Eine Hand? Ich schulde dir was, Kumpel. Ding, dreh dich um. Kann ich mir Thing eine Weile ausleihen? Nein. Weißt du, er hilft mir gerne. Thing bleibt bei mir. Er ist nicht dein Eigentum. Du hast keine Ahnung. Hoppla. Sorry, Thing. Ich habe es herausgefunden. Mein Zimmer wird voller Sonnenschein und Regenbögen sein. Ich habe eine Skizze gemacht. Ich werde blind. Hör auf damit. Der Raum wird schwarz-weiß sein. Es ist nur ein schwarzes Loch. Genau. Wie können wir das regeln? Wir werden tauschen. Toll. Was hast du vor? Leg dich nicht mit mir an. Das wird eine Grenze zwischen unseren Seiten sein. Wow. Was ist das? Willst du es sehen? Ein Wundglas-Fenster. Unglaublich. Ich werde es anmalen. Meine Farbe wird für das ganze Fenster reichen. Ich habe einen besseren Plan. Das macht Spaß. Ein Camping-Chemie-Set ist das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Danke, Onkel Fester. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Lass uns das gute alte Dynamit benutzen. Was ist das? Wednesday. Wow. Danke, Mitbewohner. Du bist ein bisschen schmutzig. Was? Oh nein. Ich muss mich umziehen. Alles gut? Niedlich. Aber schwarz ist genau mein Ding. Toll. Und ich brauche einen Vorhang. Komm schon. Das geht nicht. Ich muss ihn selbst aufhängen. Tada. Nicht schlecht. Ich habe eine Idee. Mal sehen, ob sich in meinem Koffer etwas befindet. Genau das Richtige. Was ist los? Annette hat ihre Krallen ausgefahren. Mein Zimmer ist toll, oder? Mal sehen, was noch im Koffer ist. Schwarzer Tüll? Das wird funktionieren. Ich hole mein Werkzeug. Erledigt. Pflicht. Das ist ein bisschen zerknittert. Annette, wag es ja nicht. Ich werde gehen. Ich habe etwas vergessen. Dööö. Cloud. Das habe ich übersehen. Der Raum sieht so gut aus. Meine Augen. Decken und Kissen tragen zur Gemütlichkeit bei. Aber ich brauche mehr davon. Warum? Ich schaue nach, ob die Kissen weich genug sind. Alles gut. Gut. Dieses hier ist zu weich. Es regnet Spielzeug. Eine gute Ausrede, um einen Engel zu machen. Du weißt, was zu tun ist. Eine Spinne. Verschwinde. Ich denke, eine Matratze kann nicht schaden. Und ein Bekissen. Die Matratze ist zu weich. Ich weiß. Ich lege noch ein paar Felsen dazu. Ich habe wieder gewonnen. Ich liebe es, mit neuen Freunden Kaffee zu trinken. Okay. Was ist mit der Bewerbung? Wow. Meldest du dich an? Ich auch. Wir werden beide Königinnen sein. Komm, wir sehen uns die Krone an. Diese Krone ist mein größter Traum. Hm. Sie ist so schön. Du? Willst du eine Königin werden? Du kannst doch nicht mal ein Werwolf sein. Ist das dein Ernst? Du hast es verdient. Was? Danke, beste Freundin. Umarmung? Ja, richtig. Keine Umarmung. Nein, Bruder. Ich stehe nicht auf Würfel. Oh. Oh, Wednesday. Hm. Oh, Colin. Ein Rubik's Cube? Es ist ein Kinderspiel. Hier. Hast du ihn gelöst? Wow. Tschüss, Leute. Man sieht sich. Er mag mich auch. Ich muss mich für die Misswahl vorbereiten. Was soll ich anziehen? Nein. 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 Ich habe nichts mehr zum Anziehen. Was soll ich nur tun? Thing? Dankeschön. Willst du dir ein Kleid ausleihen? Mir geht's gut. Das ist viel zu schwarz. Ich denke, ich werde das hier tragen. Wir sehen umwerfend aus. Oh, jetzt ist es perfekt. Sitz, Roberta. Es ist besser ohne die Spinne. Okay. Nee, zu viel. Nimm das Schwert aus deinem Kopf. Das ist eine perfekte Frisur. Sehe ich gut aus? Ich wusste es. Wie geht's? Ich habe einen Nagelnotfall. Das ist viel besser. Immer perfekt. Gib mir fünf beste Freundinnen. Los geht's. Wo bist du? Genau hier. Bleib dran, Howie. Willst du tanzen, Colin? Oh, Colin. Du bist so kreativ. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben. Oh, Wednesday. Wer von uns wird gewinnen? Und das Diadem geht an? Wow. Wednesday. Gratuliere. Stopp. Ich freue mich so für dich, beste Freundin. Du hast es verdient. Schade, dass mein Traum nie wahr werden wird. Annette. Du wirst die beste Königin aller Zeiten sein. Eine Umarmung? Oh, richtig. Einmal kann nicht schaden. Danke, Wednesday. Hut ab, Königin. Ich wünschte Colin und ich würden immer zusammen sein. Was? Colin, darf ich? Wow. Es hat geklappt. Ich liebe dich, Annette. Happy Ends sind mir am liebsten. Wednesday? Howie? Gut, versuchen wir's. So romantisch. Ich hasse das College. Ich hasse alles außer Jackson. Oh, die Liebe meines Lebens. Ich hoffe, niemand findet mein Geheimnis heraus. Ding, was willst du? Wow, eine Partyeinladung? Meinst du, ich sollte hingehen? Ich bin mir nicht sicher, was ist, wenn niemand meinen Tanz mag. Dann sorge dafür, dass alle es lieben. Es wird ein neuer Trend werden und ich werde beliebt sein. Was? Oh. Sieh sie dir an. Es ist so traurig. Jackson wird mich nie mögen und ich werde für immer ein einsamer Außenseiter sein. Du brauchst mich nicht zu trösten. Ich bin es schon gewohnt. Okay, was willst du? Nein, das ist sinnlos. Wohin gehst du? Ich bin gleich wieder da. Irgendwo war eine Zauberkiste. Oh, hier ist sie. Sie ist für dich, Wednesday. Was ist das? Ist das eine Beautybox? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber ich werde es versuchen, okay? Komm hoch, Mädchen. Ich habe wegen der Hausaufgaben keine Zeit für mich. Ich glaube nicht, dass ich diese Boston Tea Party Infos jemals brauchen werde. Igitt, was ist das für ein Geruch? Das ist eklig. Geht es dir gut? Nein, mir geht es nicht gut. Dein Atem stinkt. Ich tue etwas dagegen. Ich werde es machen. Gut, dass ich das alte Zaubertrankrezept kenne, um schlechten Geruch für immer loszuwerden. Oma hat das immer für uns gemacht, als wir Kinder waren. Los geht's. Perfekt, mein neues Lächeln wird Jackson verzaubern. Es gibt noch ein anderes Problem. Der Pickel auf deiner Nase oder sogar deine Nase unter dem Pickel. Ich sehe. Ich suche noch etwas in der Beautybox. Sieht komisch aus, aber versuchen wir es. Ich hoffe, du hast das Handbuch gelesen. Hey, wo ist deine Nase? Es ist eine Katastrophe. Ich werde versuchen, es zu reparieren. Du hast Glück, dass ich ein begabter Künstler bin. Ich zeichne deine Nase. Sie wird hübscher sein, als sie war. Es hat nicht geklappt, aber es ist immer noch besser als das, was du vorher hattest. Nun, danke. Hier ist die Nase. Sorry, dass sie so schief ist. Weggehen. Wieder diese langweiligen Hausaufgaben. Die Briten zogen sich nach Boston zurück und die Miliz von Massachusetts umzingelte die Stadt und begann mit der Belagerung. Du hast vergessen, Jackson zur Party einzuladen. Ich habe es wirklich getan. Aber es ist leicht zu beheben. Was ist, wenn er nicht Ja sagt? Daran habe ich gar nicht gedacht. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Willst du mit mir auf die Party gehen? Eine Party? Ich? Mit dir? Bist du verrückt geworden? Ja. Okay, Spinnerin. Ich gehe nirgendwo mit diesem Verlierer hin. Hey. Was? Wer ist da? Das ist ein blöder Scherz. Hör auf. What? Nein, bitte, hilf mir jemand. Hey, Dani, nimm das Ding von meinem Kopf. Was? Wow. Warte mal kurz, nicht bewegen. Erledige dieses Monster, verfehle es nur nicht. Ich werde es versuchen. Ich habe mein Bestes getan. Ich bin eine kleine Prinzessin. Reiß dich zusammen, Prinzessin. Die Party fängt bald an. Ich muss schön werden. Oh, eine Spinne. Kann ich die essen? Nein, ich bin auf Diät. Es ist Zeit für mein Make-up. Fast glatt. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Oh, Lippenstift, aber der ist rosa. Ich würde nie rosa tragen. Ich bringe das in Ordnung. Hier ist deine Lieblingsfarbe. Schwarz heilt meine Seele. Oh, ich habe keine Seele, aber ich habe eine unglaubliche Schönheit, die noch niemand zu schätzen weiß. Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist Zeit, den Ring für meine schöne Hand auszusuchen. Igitt, das ganze bunte Zeug gehört in den Müll. Ich zeichne einen Ring mit diesem 3D-Stift. Nicht schlecht, aber ich brauche etwas Schockierenderes. Mal sehen. Diese Kiste hat schon lange niemand mehr geöffnet. Hab dich. Toll, das wird mein Ringschmuck. Das könnte ich auf Instagram verkaufen. Ich bin bereit. Ich muss den Tanz einstudieren, Thing. Gib mir den Beat. Okay. Mehr natürliche Leidenschaft. Füge ein paar Emotionen hinzu. Tanze mit deinem ganzen Körper. Benutze dein Gesicht und deine Augen. Sieht gut aus. Das ist TikTok-würdig. Ich verwette all meine Nägel. Das wird viral gehen. Was denkst du? Es ist wirklich cool. Warst du ein Video? Nein, das würde ich nicht tun. Ich spiele nur. Jackson wird mein sein. Ich weiß es. Es steht hier, aber ich glaube nicht, dass es an mir gut aussieht. Vielleicht diese? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde eine neue Halskette machen. Gut, dass ich einen 3D-Stift habe. Meinen Zauberstab. Avada Kedavra. Es sieht wirklich cool aus. Nicht perfekt, aber niemand ist perfekt. Ich sollte es anprobieren. Was denkst du? Ich denke, wie kann ich reden, wenn ich eine Hand bin? Ich hab's. Wenn du es auch willst, mache ich dir ein spezielles Exemplar. Wie läuft's? Fertig. Das ist für dich. Was denkst du? Es ist unglaublich. Meine Kleidung. Vielleicht ist es Zeit für einen Kleiderschrank-Update. Was meinst du? Ja, es ist lahm. Woher hast du diese Wörter? Okay, ich bestelle es im Internet. Das hier. Oh ja. In rosa? Äh, nun nein. Und das würde ich nicht sagen. Du kannst etwas Farbe gebrauchen. Schau und lerne. Was? Wohin gehst du? Oh, ist das ein schwarzes Kleid? Hm, es gefällt mir eigentlich. Ich werde es anprobieren. Nicht schlecht. Aber es scheint etwas zu fehlen. Oder vielleicht sollte ich etwas Tüll hinzufügen. Es ist kein Kleid ohne Tüll. Auch das Skelett stimmt zu. Ich werde helfen. Bitte sei einfach vorsichtig. Jetzt müssen wir es nähen. Hier sind Nadel und Faden. Danke. Okay, das war genug Nähen für heute. Was denkst du, Thing? Ich liebe es. Ich auch. Okay, das Letzte, was zu tun ist, ist die Frisur. Nicht schlecht. Ich werde versuchen, es zu bürsten. Und vielleicht bekomme ich ein paar Ideen. Hey, lass los. Was? Schlangen? Ich liebe Schlangen, aber nicht in meinem Haar. Es sieht aus wie die Haare meiner Oma. Meine Mutter sagt immer, ich sei genau wie sie. Lass uns rocken. Hebe deine Hand, wenn du ein Reptil bist. Ich liebe diesen Track. Mein Rücken tut weh. Hilfe. Wie wäre es, einen Meteoritenschauer auf dem Dach zu beobachten? Es ist komisch. Ich sehe Jackson nicht. Er muss hier sein. Vielleicht ist er spät dran. Ich werde ihn mit einem Tanz anlocken. Thing, gib mir den Beat. Und du sprichst mir nach. So, jetzt so und aufwärts. Ich mag es. Und der Schmerz ist weg. Sie lieben es. Das ist der Tanz der von den Toten auferstandenen Zombies. Mein kleines Remake von Michael Jacksons Tanz aus dem Thriller-Musikvideo. Weiter so, Leute. Kostenlose Getränke. Cool. Oder ist er? Ich wusste, er würde kommen. Cool Wednesday. Wow, du bist hübsch. Willst du meine Freundin sein? Lass es uns versuchen. Autsch. Schon wieder diese blöde Hand. Hey, lass deine Waffe im Halfter, Cowboy. Ich habe, was ich wollte. Dank mir. Natürlich, dank dir. Ist das deine Hand? Auf Wiedersehen, Wednesday. Oh, sieht aus, als hätte ich den falschen Stil gewählt. Sie sind so gruselig. Wer ist dieser Willy Wonka? Schau, so viel rosa. Ich würde sie nicht einmal essen. Raus hier. Jetzt verstehe ich. Die Trends in dieser Schule sind ganz anders. Oh klar, ich werde das coolste Mädchen sein. Das coolste Mädchen in der Monsterschule ist Wednesday. Dann werde ich Wednesday sein. Oh, ich habe so viel zu ändern. Schwarze Haare? Wie? Schwarz? Ich habe so hart gearbeitet, um diesen Look zu kreieren. Naja, okay. Ich habe mir selbst versprochen, dass ich an meiner neuen Schule beliebt sein werde. Und diese Zöpfe sind nicht so einfach zu lösen. Komm schon. Ein bisschen mehr. Ja, ich habe es geschafft. Oh, das war nur einer von ihnen. Ich werde das bis zum Unabhängigkeitstag machen. Puh, ich bin müde und habe meine Haare immer noch nicht gefärbt. Ich lasse die hellen Farben in der Vergangenheit. Vor mir gibt es nur eine dunkle Zukunft. Wo ich das beliebteste Mädchen in der Schule bin. Oh ja, lass uns groß spielen. Ich bin bereit. Los geht's. Wow, das macht Spaß. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Oh ja, ich bin jetzt brünett. Und was ist das, eine Socke? Igitt. Erster Punkt. Erledigt. Schöner Fortschritt. Hm, ich bin zur Hilfe, Wednesday. Ich muss blass sein. Ich wische mir das gesunde Rouge aus dem Gesicht. Wow, so viel Glitzer. Schau, eine natürliche Schönheit, so wie sie ist. Sie ist schrecklich. Ich verstecke sie besser, bevor mich jemand sieht. Puh, das ist schon besser. Und jetzt mache ich mich blass, als wäre ich unheilbar krank. Oh, das ist zu viel. Ein weiterer Punkt. Fertig. Lippenstift, vielleicht diesen hier. Hm, nein. Ich will eine dunkle Farbe. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich werde in das Jahr zurückgehen, in dem alles schwarz-weiß war. Wow, cool. Elvis und Kennedy leben noch und hier ist der schwarze Lippenstift. Cool. Danke, 57. Cool. Ich werde Lippen genau wie die von Wednesday haben. Und so wurde der Teufel aus Jersey unter dem Namen Donald zum Präsidenten. Woher kommt dieser Rauch? Feuer, Feuer. Oh nein, der Ofen. Ich kann nicht der Koch sein, aber ich kann die Person sein, die die Sachen verbrennt. Aha, der Burrito ist ruiniert. Oh, das ist eine gute Idee. Ich wollte die Sachen sowieso wegwerfen. Ich will keinen Burrito mehr. Ich will schwarze Kleidung. Der Wednesday-Style-Modus ist eingeschaltet. Ich muss nur noch warten. Die Zeit vergeht so langsam. Sie verhöhnt mich. Oh, endlich. Wow, ein Kuchen, der riecht so gut, aber ich brauche keinen Kuchen. Ich brauche schwarze Kleidung. Ich versuche es nochmal. Lass uns einen Kaffee trinken. Ist das der Rauch? Oh, das heißt, die Klamotten sind fertig. Ich hoffe, sie waren nicht so lange da. Oh ja, ich bin zum Backen geboren. Na, sehe ich aus wie Wednesday? Ich wähle die Schuhe. Nein. Nein. Ich muss etwas Besseres finden. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Nun, natürlich. Warum sollten die Schuhe hier sein? Oh, coole Stiefel. Ich muss sie anprobieren. Entschuldigung. Oh mein Gott, wer ist denn in meinem Zimmer? Es ist so unheimlich. Aber ich brauche die Schuhe. Wie kann ich sie bekommen? Ich habe eine Idee. Cool, genau meine Größe. Schöne Stiefel. Oh, was? Mir ist kalt. Tut mir leid, Kumpel. Was ist mit Krokodilen? Probier sie an, du wirst sie mögen. Was für eine coole Idee. Okay, ich bin müde. Ich werde einen Kakao trinken gehen. Hey, was ist das? Wo ist mein Handy? Ich erinnere mich, dass ich es hier vergessen habe. Wo kann es sein? Vielleicht in einem anderen Raum. Es ist nicht hier. Vielleicht haben die Aliens alle Telefone auf der Erde gestohlen. Oh, hier ist es. Wie ist das überhaupt möglich? Ich werde die Wahrheit herausfinden. Aber erst mache ich einen Fall, damit ich ihn nicht verliere. Ja, eine Hand wie die, die Wednesday hat. Ich trage es um meinen Hals. So gruselig und praktisch, wie Wednesday es hat. Bin ich nicht ein Genie? Aua, ein kleiner Finger. Was? Auf keinen Fall, das ist ein abgekatertes Verbrechen. Ein Anschlag auf mein Leben? Ich werde es nicht so lassen. Was? Keine Gefühle? Ich kann damit umgehen. Ich muss in die Vergangenheit gehen und mich emotionslos machen. Ich habe zu viel gelächelt. Kein Lächeln mehr. Das ist besser. Ich muss den Test bestehen. Ich sollte überhaupt nicht reagieren. Oh, das ist nicht einfach. Sehr schön. Ich sollte nicht so reagieren. Ich muss mich zusammenreißen. Ups. Ich kann nicht. Es ist zu schwer. Okay. Ich bin nicht verletzt. Ich spüre nichts. Letzter Punkt erledigt. Jetzt bin ich Wednesday. Oh, keine Emotionen. Es ist Essenszeit. Ich werde es wie Wednesday machen. Die schärfste Soße von allen Soßen, die es auf dieser sündigen Erde gibt. Du kannst die Nuggets nicht mit Soße ruinieren. Ich spüre nichts. Ich werde mir beibringen, ruhig zu bleiben. Wow, mir brennt der Magen. Feuer, Feuer. Bitte Wasser. Oh, jetzt fühle ich mich besser. Moment mal, früher hatte ich einen Fisch jetzt nicht mehr. Ich werde eine Kobra haben. Das ist wirklich cool. Nicht wie diese Fische. Hallo Schule. Wow, sie ist so cool. So stilvoll. Wow. Sie ist wirklich eine richtige Wednesday. Okay. Wow, sie ist wieder. So. Willkommen bei Hausland. Bekommt bei Hausland.